Hallo Leute, ich bin der Cowboy und das hier ist dieses penetrante Miststück, was mich jeden Tag um 0,430 auf eine Art und Weise munter macht, die wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Aber jetzt geht's in meinen Kragen. Aufgepasst! So, der weckt mich nicht mehr. Bis dann, euer Cowboy!